Willkommen, willkommen. Ich habe gestern die Probleme meines Lebens gehabt mit meinem Computer. Ich habe ein Windows-Update geladen und das war... Hoppala. Der PC war eigentlich hinüber. Es war echt... Für meine Zwecke, er war komplett im Arsch. Ich dachte echt... Ich dachte echt, ich muss... Ich... Ja. Es war schrecklich. Ich lade dieses Update und dachte mir, gut, dadurch werden vielleicht die Schwächen, sag ich mal, des letzten Updates auch wieder verbessert, denn bereits im letzten Update ist. Es hat meinem PC schon nicht so ganz geschmeckt. Ja, und siehe da... Hört mal auf, meine Kills zu klauen, verstehst du nochmal? Und siehe da... Ich lade mir dieses Update und bin echt so unglaublich hart am struggeln. Es war nicht normal. Der PC war... Ich war nicht mehr zu gebrauchen. Alle meine Sachen, alle meine Einstellungen waren weg. Meine Webcam hat nicht mehr funktioniert. Mein Mikrofon hat nicht mehr funktioniert. Meine Sound-Einstellungen, die ich getroffen hatte, an denen ich richtig lange rumgespielt habe und sowas. Ähm, einfach weg. Also es war... Es war der Hammer. Ich konnte nichts aufnehmen oder streamen, denn sobald ich OBS angemacht habe, also zum Beispiel mit CSGO, ist meine Grafikkartenauslastung auf 100% hoch. Weißt du, bei CSGO, bei der... Bei der Grafikbombe CSGO geht einfach diese verschissene Grafikkarte, die GPU, auf 100% hoch, weil... Ähm, OBS ganz komisch gehuckt wurde mit dem... Mit dem Spiel, also unter anderem eben CSGO. Es ist nicht bei allen Spielen so gewesen, aber sehr stark bei CSGO. Dass es wie doppelt offen war. Also OBS hat dann auch einfach nochmal das gleiche an Grafikkarten-Power gefressen, als... Als das Spiel selbst. Und Counter-Strike verbraucht halt... Wenn es auf 40, 45, äh... 48% geht, dann wird's schon eng. Warum ist das eigentlich so laut gerade? What the fuck? Ist... Ich hoffe... Ne, das ist richtig gepegelt. Ja, ich musste alles neu machen und, ähm... Es ging dann irgendwann alles, bis auf CSGO. Es ging nicht. Ich konnte CSGO nicht mit OBS gleichzeitig betreiben. Und OBS brauche ich ja zum Aufnehmen und zum Streamen. Und, ja, ich hab den Stream dann abgesagt. Leider, weil ich gemerkt hab, es geht einfach nicht. Ich komm mit diesem scheiß Ding nicht klar, mit dieser Krieg. Ich kann sie nicht spielen. Und, ähm... Konnte dann aber doch zum Glück die letzten, äh... So, ich glaub, Viertel nach zehn. Also 15 Minuten, nachdem eben der Stream schon gestartet hätte, konnte ich dann doch online gehen. Das war dann wirklich, ähm... Es war so richtig schön, dann doch noch alles machen zu können. Und vor allem, wie er auch am Start war, war der Hammer. Es waren trotzdem sehr viele Leute da und... Es war einfach ein richtig, richtig geiler Stream. Hat richtig Bock gemacht. Aber der Tag, also ich hab sechs Stunden vorneweg rumgefuhrwerkt, bis mein PC wieder so ging. Ähm, dass ich wieder mein Zeug machen kann. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass ich hier die feinste Einstellung der Welt hab, aber ich brauch halt schon gewisse Standards, damit ich meine Videos so machen kann, damit ich die Streams so machen kann, wie sie eben sind. Und es war einfach alles weg. Nicht, äh... Hat nicht funktioniert. Oder, ähm, verstellt. Also, wirklich grauenhaft. Ich weiß nicht... Au, 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 au. Ich weiß nicht, wie, wie, wie... Was sich die Leute von Windhoff dabei denken bei einem Update. Komm, äh, Günni, wir machen mal eins, was alles kaputt macht, oder? Ja? Ja, sehr guter Plan. Guter Plan, machen wir so. Ich hätte echt kotzen können. Im Dreieck hätte ich kotzen können. Ich hätte mir in die Hose kracken und danach kotzen können. So hart war's. Wahnsinn. Ich hatte einen Hals hoch 10. Wisst ihr, Freitag ist auch so ein Tag, da kann ich... Oder da nehme ich meistens, wenn ich halt die Zeit dafür habe. Und gestern war wieder so ein typischer Freitag fürs Wochenende vor auf. Weil ich meistens am Wochenende keine Zeit hab, um, ähm, was aufzunehmen. Ja, und siehe da. Windows steigt mir die Zunge raus. Nee, heute nicht. Jetzt hab ich halt gestern den gesamten Tag verloren. Was Aufnehmen angeht, ne? Also, das war wirklich für den Arsch. Deswegen kam jetzt auch gestern kein Video. Und deswegen kommt jetzt auch heute so ein ungeschnittenes Infovideo, mehr oder weniger. Weil es... Die Zeit... Ich hab einfach 6 Stunden verloren. Von meiner... Von meiner normalerweise... Ihr wisst ja, ach, so knappen und kostbaren Zeit. Sind einfach 6 Stunden flöten gegangen. Das ist eigentlich mehr wie 6 Stunden. Aber ich hab dann irgendwann erstmal Pause gemacht und aufgegeben, ne? Nach den 6 Stunden. Ich hab von 12 bis ungefähr 18 Uhr hab ich rumgefuhrwerkt. Ich weiß nicht, wer sowas freigibt. Wer gibt ein Update frei in die Richtung? Na, das passt schon. Gib's raus. Ist in Ordnung. Aber alles ist kaputt. Mach nix. Gib's raus. Hau raus, den Scheiß. Bah. Lächerlich. Dieses Windows-Update hat mich echt gebeutelt. Guck mal, ich hab kein A mehr wegen dem Windows-Update. Mit dem alten Update wären das jetzt 4 Headshots gewesen. Aber so... Gilt nicht. Das kannst du vergessen. Es wird hier nicht geneift. Meine Leute werden nicht geneift, ja? So. Wenn dir jemand neift, dann bin ich das. Ich bin nämlich... Ich bin nicht mehr vor in Führung. Shit, shit, shit. Die alten... Die sind echt saugut. Ich war schon lange nicht mehr in so einer Lobby. Mit so guten Leuten. Die ähnlich schnell gekillt haben wie ich. Weil ich... Ich hab keine A mehr. Ich bin immer hinter ihnen. Oh nein. Ich wollte eigentlich nachladen. Hallo. Wo ist der Sack jetzt? Vielleicht schaffe ich's noch? Oh, Monsieur. Nicht zu mir gucken. Er war direkt neben mir gestanden. Alter, alter. Shit, shit. Sehr schön, ja. Bei so einem Rant, bei so einem Aufregelvideo. Trotzdem noch hier den Sieg geholt. Klar kennt man von mir nicht anders. Ich weiß. Ja, es war wirklich eine Riesenqual mit diesem verschissenen Update. Aber es läuft wieder alles. Der Stream war der Hammer gestern. Wir haben so reingehustelt. Ihr wart so geil am Start. Ich dachte, gut, jetzt geh ich online. Es sind vielleicht noch 3, 4 Leute da. Weil ich hab den Streamer abgesagt. Und auf einmal waren wir 44. Waren wir sogar 50. Waren wir kurz 50. Ja, wir waren kurz 50. Vor einem Freitagabend. Da sind wir eigentlich immer sehr wenig. Es war herrlich. Ihr wart voll am Start. Wir haben Spaß gehabt. Viele haben reingesubt und hin und her. Es war echt geil. Wir haben neue Leute dazu bekommen. Also dieser Scheißtag wurde komplett kompensiert dann von diesem übelst geilen Stream. Es war wirklich herrlich. Ja, also vielen, vielen Dank dafür, Leute, dass ihr trotzdem so hart am Start seid. Dass ihr, ich mein, klar, ihr könnt mich jetzt auch nicht zwingend übel nehmen. Aber es gibt Leute, denen stößt sowas trotzdem auf. Die sagen kann, du musst da besser drauf gefasst sein auf sowas. In Zukunft bin ich da auch besser drauf gefasst auf so ein Update oder auf so einen Komplettausfall. Aber das hat mich so unglaublich. Man denkt doch nicht bei dem Windows Update, dass alles im Arsch ist. Man kennt es, dass es manchmal ein bisschen kacke ist. Aber es war wirklich. Der PC war, ich hätte den einfach aus dem Fenster schmeißen können. Dann wäre er besser gelaufen. Naja, alles läuft hier. Die Maschine steht am Start. Alles ist cool. Und wir hustlen dann ab morgen auch videomäßig, standardmäßig wieder weiter. Morgen sollte dann eigentlich Hello Neighbor kommen. Das ist ja schon lange offen. Dann geht es dann lecker weiter. Vielen Dank an euch, Leute. Vielen Dank auch für die Daumen. Wahnsinn. Im letzten Video habe ich es am Ende erst erwähnt. Und da waren es trotzdem. Ich glaube, es hat jetzt 100 oder kurz, es steht kurz vor 100 mit 96 oder sowas. Also krass. Leute, krass. Ich sag mal, für unser Verhältnis sind so 70, 80 Daumen schon wirklich sehr, sehr gut. Und bei den anderen Videos waren es einfach 100 plus Starmer. Also Dankeschön. Vielen, vielen Dank dafür. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.